ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ihr seid doch so unintelligent. Ich flieh in die Höhle. Toll, dann können wir die Höhle gar nicht erkunden, oder was? Doch können wir. Hör auf alles zu looten, bevor jemand anders drin ist. Ich loote mich, hier drin ist nix. Ja, 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 jetzt kommt das wieder. Hat alles schon weggelootet? Nein, da war nix drin. Nein, 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 nein. Geht nicht erfolgen hier noch. Was? Verfolgt dich? Ja. Das Batman. Was ist mit den Goldnuggets? Ja, die waren da, aber die kannst du gerne haben. Geht weg, komm rein. Ich glaube, ich brauche den. Ich brauche keinen Gold. Wer braucht denn von euch Gold? Verdammt nochmal, jetzt kommt der. Hast ja schon viele Anhänger. Wo denn ist die Höhle leer? Die Höhle ist voll tief. Okay, schon wieder mal. Ach egal. Und tot. Die Höhle ist tief, ne? Wollt ihr nicht reinkommen? Wo seid ihr denn? In der Höhle. Ja schon, wo ist der Eingang? In der Höhle. Wartet mal kurz. Wieso wartet mal kurz? Ich bin der Einzige, der hier drin ist. Okay, warte du mal kurz. Warte, warte, warte. Ich warte auch auf den ganzen Rest, alter. Wie wenig man hier sehen kann. Da ist der Eingang. Da ist der Eingang. Nein, ist er nicht. Doch, ist er. Warte auf die anderen. Ja, mach ich. Nee, mach da halt nicht. Ja, genau das. Ich drück dir mal einen Schluck. Von einer nicht bekannten Marke. Ich trinke auch gerade. Du hast ja keine Werbung gemacht. Ah, du hast einen Volltreffer mit Sache 1 gemacht. Ich trinke Aquawasser. Ich habe nichts anderes. Aquawasser, was ist das denn? Doppelt gemoffelt, ist das nur was ganz nebenbei. Das ist Wasser mit extra Wasser drin. Oh ja. Wasser, Wasser. Hier geht's rein. Und dann geht's hier runter. Oh. Ja. Die ist voll klein. Die ist voll klein. Ey, das könnten wir sogar schaffen, eventuell. Ne, zwei von denen irgendwie nicht. Ne, zwei von denen können wir nicht schaffen. Ah, nein, nein, nein. Also die Hülle sollten wir ignorieren. Da ist auch nichts drin. Da ist gleich Sackgasse drin. Hauptsache, ich bin schon einmal durch die ganze Hülle gelaufen. Wollen wir nicht zum Schwert laufen? Was für ein Schwert? Willst du höre? Da ist ein Wiesenmonster. Wahrscheinlich. Ja, deswegen. Das ist ein Castle. Obwohl, wir gucken mal trotzdem... Oh, 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 da sehe ich schon. Wir gehen zum Schwert. Ich komme zu euch. Ihr seid ja auch alarmiert. Wo ist denn das Schwert? Wo ist denn das Schwert? Aber der Rest halt eben nicht. Naja, wir... Ja, stimmt. Das geht ja nicht nur darum, dass ich kenne. Das ist aber wieder die Burg. Und in der Burg kann man nicht mal rein, weißt du? Der Typ ist nämlich da drin. Ja, wir könnten ja mal versuch... Nein! Lol, ist sie groß. Skate hat drei Haustiere. Ernsthaft? Ernsthaft? Was? Was denn? Sag grad aus, was hat das Skate Haustiere. Oh, Mann. Ich hab einen Bunny. Ich hab zig Tausende von... Gegners. Ich hab zig Tausende von Gegners. Warum schirrt der Hase nicht? Ne, weil es meiner ist. Ach so. Das wusste ich nicht. Ich hab jetzt zwei andere dabei. Um verfolgt zu werden, oder was? Lass uns in der Acht rumlaufen. Dann können die anderen drauf schießen. Genau. Eine A. Ich kann auch mal auf alle drauf ballern, so als sind die alle mal betäubt gewesen. Nein, 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 nein. Scheiße. Ich heil dich. Das wirst du nicht. Doch. Ah, schön. Das war so voll Lebensenergie. Du doch mal was. Mach das Ding mit dem Schwert kaputt. Boah, die gehen aber eigentlich. Ja, die gehen aber eigentlich. Du hast doch keinen Akku davon. Die sind dort. Einer noch. Kannst nicht umdrehen. Kriegst auch nie gerade ab. Alter. Ich bin tot. Dein Häschen kämpft doch mit uns. Ja, mein Häschen hat's drauf. Lauf noch ein bisschen weiter. Ich muss heilen. Dich. Dann. Ich lauf dann weiter mal im Kreis, ne? Das sollte reichen erstmal. Wobei, ne, das reicht nicht. Ich geb dir lieber noch nen Heal. Alter, warum hast du so viel Lebensenergie? Das war geil. Ah, jetzt. Habt ihr Probleme? Ja, ich hab viele Probleme. So. Jetzt. Ich mach relativ viel Schaden. Ich hab nur keinen Mana mehr. Ich hab Bunny ist tot. Oh, anscheinend. Da liegt nämlich so ein matschiger Haufen auf dem Boden. Ein pixeliger Haufen, ehrlich gesagt. Das ist Kunst. Ah, nein. Wir sind jetzt in der Nähe an der Burg. Also wollen wir jetzt in die Burg reingehen, oder? Da ist ein Ober. Oh, wir sind am Rand. Wir sind am Rand der Map. Seh ich gerade. Ich hab ein Killer-Bienchen, ey. Ja, theoretisch können wir ein neues Gebiet. Nein, tun wir nicht. Wir gehen nicht in ein neues Gebiet. Erst wenn das hier abgekliert ist. Wo ist denn das neue Gebiet denn? Das ist doch schon abgekliert. Abgekliert? Wir haben nicht einen einzigen Boss gelegt, keine Dungeons geschafft und sonst auch nichts gerissen. Das Problem ist ja nur, du willst die Typen Blatt machen. Ja, natürlich. Wir kommen nicht mal in die Burg rein. Also wir kommen rein, aber nicht lang. Es geht ja darum, hier alles wegzu... Hast du das ja eigentlich gerade gekebt, doch? Wir wollen ja fließt nicht. Es geht ja darum, alles zu schaffen. Wir wollen ja fließt nicht. Richtig. Und, und, und Häschen hinter uns. Ja, zu schleppen. Ja. Und da vorne ist, da vorne ist so, wieder so Unkraut. Oh, Häschen. Ohne Zwiebeln, wo das Kinochen zählt. Ähm, hört ihr auch so Nachtgeräusche quasi? Irgendwie schon. Was ist denn da gefallen? Was ist denn da gefallen? Was ist denn da gefallen? Ich hab was für die Maxima. Eine Axt mit Schaden, 4,8. Ich hab ein Croissant. Äh, na egal, nehm ich mit. Ich hab ein Croissant aufgehoben. Ja, das Croissant ist aber fürs Haus. Hier stand dann drauf. Für welches Haus? Ja? Ey, glauben wir die ganze Zeit zu mir. Irgendwas, was Croissant mag. 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 Das machen Sie es hier. Ja, es hat wahr. Wollen wir vielleicht doch in die Burg gehen, beziehungsweise am Rand. Ja, lass ich probieren. Ja, wir müssen halt die Dinger rauspupeln. ich bin ja gleich der WV 4 machbar zu viel ist dort gut ja aber nur einzeln, nicht als riesenmassen Ding Beetlejuice erstmal das Beetle Teil hier töten Defeat the Rulant du kriegst ihn hier von mir oh klack, 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 klack oh du bist vielleicht schon tot, ich weiß es nicht doch ey da geht Dinger, gehen aber eigentlich ja aber alleine schafft er das nicht kann ich sagen, was du weißt die gilt eigentlich bla 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 jetzt hat er noch eine biene dazu gelohnt ich glaube mal zu euch hinter die läuft nichts her warte noch bis die anderen dabei sind zusammen probleme jetzt auf die auf ein schlägst da ist noch und jetzt können wir vielleicht mal ja das ding die biene hat irgendwie keine kein durchhaltevermögen ja da wollen wir auch reingehen also ich brauche knapp ich habe eine quest ja ich auch die viel zu rula in blablabla die sind blau die gehen die könnten wir zusammen warte ich mach kurz warte mal taschenlampe an das sind wie viele sind da soll ich die aus der oka ist das problem warte 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 der oka kommt automatisch raus es kommt nur der oka raus die können wir schaffen wer geht lockt ihn mal noch weiter raus oder so wie kannst du locker gegen kämpfen ich kann euch dabei heilen iron swat dabei es geht ja wir teilen einfach gleich auf wir machen das jetzt hier einzeln vielleicht ist das ja naja wir gehen einfach hier durch gucken was dann so alles fallen gelassen ich hoffe hier sind sogar noch iron bulls gewesen ach wir schauen einfach nachher wenn wir fertig sind wir teilen jetzt generell alles auf links wenn du schon hier lang angehörst vorsicht da sind es geht so stark ist das nicht oh alter der typ geht ja mal ab da ist ein magier bei das das problem der wassermagier der wassermagier der rastet ja voll aus hier heilig magier sind ja ja wo seid ihr ja der wolle verdammt den kriegen wir nicht da müssen wir werden das ist viel zu stark für uns nein der hat uns weg ignoriert und jetzt vorsichtig rein was machst du bist so ein idiot ach die können doch ja du kannst nix holand wie geil das hier drin ist wir sollten vielleicht alle eurer taschenlampen anschmeißen also ich habe mit f die bock ist richtig gut gemacht oh magier magier zuerst ich kann ja auf alle gleichzeitig zaubern auf alle fernkämpfer scheiße ja schnell wieder hin was die hier ach das ist ja nicht sterben das macht unglaublich was weiß du das lebt noch die da kommen jetzt alle raus noch immer hier hinter uns ist wir haben hier verbündete dabei jetzt hast du viel ap ich kann nicht nicht alter der bulle geweck das sind wir ignorieren das den bullen kriegen wir auch nicht stellen sie an die seite und man jetzt den ort wenn der bullen weg ist ich habe auch für roach ich habe warrior iron boots ja und für den ranger habe ich eine richtig dicke brust gefunden ja richtig dicke brust gefunden ja wenn du mir mal hier vorbeikommt und die aufhebt ja richtig viel hp drauf und richtig richtig ja ich habe mich verlaufen aber ich komm du hast ne karte ich war in der burg ich war an so einer seite an der burg wo ich nicht mehr raus hier rüstung ok warte maxi das ist alles für dich das sind alles so später rüstungsteile auf der seite ist ja gar nichts da müssen wir dann unten lang da oben nicht links ein ding mal müssen wir wahrscheinlich wenn wir die festgehalten war glaube ich so ein platin und waren die links da pushen das heißt holen ein bisschen das heißt holen vorstellen holen wo schon heißt da vorne gehen jemanden ziehen heißt holen das ist ja auch nix der heizig wo seid ihr hinter euch ich bin jetzt aber auch recht gelogen hier eine wahl hier lang vorsicht nein 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 da sind noch so viele andere lass den dicken kommen er kommt jetzt und wir sollten versuchen direkt zu betäuben wenn er uns mit diesem super hammer teil schlägt und voll darauf weg und das auseinander gefallen iron shield ist dabei gewesen für schieß mal hier auf die typen an der seite einmal aber nur auf einen von beiden lids rein hier und ich heil dich mal kurz da ist ein wassermagier wieder ja hier hin hier hin hier hin hier hin habt ihr bei ww nicht gelernt anscheinend nicht so jetzt und auf den magier ja sehr schön ey gute team ja hier ist noch einer wir spielen hier auch gerade warte hier ist noch einer der sich heilt ok jetzt können wir reingehen schätze ich warte da hinten sind noch ein paar wassermagier der links links der magier nein wir haben beide gepult jetzt können wir auch hier kämpfen wir müssen ein bisschen kiten laufen dabei schafft das die magier sind weg die magier sind weg die habe ich weggepulten lauft ein bisschen und wir heilen euch warte wen dann muss ich heilen maxi maxi kriegt von mir AP boost da kommen die denn her ich habe ein schwert auf dem Alter wir machen das richtig gut ok wartet mal ähm hier sind warrior schultern das ist für scave und hier ist warrior einhaltsschwert das ist für und hier ist ranger schuhe hier könnt ihr euch sachen aufheben das ist für michi und das ist für ähm das sind boots ich habe noch gar keine boots mhm hier liegt noch ein roachschwert ja ich habe die schultern brauche ich nicht das ist nicht das ist roach echt brauche ich nicht ich habe sie nicht starkes vorsicht egal nein nehme ichs mit nur ein goh oh ist da viel oh Gott zurück 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 hier um die Ecke oh um die Ecke und erst den fetten ja wir kriegen da hin wir kriegen da hin wir kriegen da hin kriegen wir nicht die sind doch schon tot und laufen 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 klingt heiter Inke hab ich ich habe nur vier Stück wo ist nein scave nein wir haben scave verloren oh ich bin tot wir kommen da runter scheiße komm mal jetzt da runter boah geht doch boah ich mach relativ viel schaden ist das gute mission implausible wo ist denn der Eingang denn jetzt hier ähm hintenrum glaub ich ihr habt ihr seid voll also wir können zu älter ich seh den totenkopf schon der ist ganz hinten drin was denn die bauen hier wieder gell ja aber nur die wie wir dann halt waren ah hier lang ich muss mich mal selber heilen ja also die müssen das noch hinkriegen das oh ich hab noch ne fette great mess ein Handwaffe das ist ein frogman frogman hier Roach ist für Roach sachen alter ich hab Melon Ice Cream Croissant Green Jelly Schokolade Donut und so weiter und so weiter ich hab nichts ich hab noch gar nichts warte 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 einer nur rein gucken ok warte da hinten die kleinen ok da sind nur noch die wir können auch in den Raum reingehen ja ok aber aufpassen ja ich will den magier zuerst angreifen der ist nämlich viel schlimmer wie der Rest und sagen wir spielen hier richtig wie dass er dann mich jetzt an raiden von früher früher ja das ist halt daneben ok warte passiert ich muss mich mal kurz voll heilen ja ja der große betäuben oder so weiter mach ich das betäuben ich mach das schon level up KZ oh ich hab so ich bin ja auch level 4 ich hab viel zeug eingesammelt ich hab generell viel zeug eingesammelt wir teilen das danach einfach auf ja ich sammle nix auf man muss ja ganz nebenbei doch heb einfach alles auf heb einfach alles auf ich hab keine Zeit die Bomben sind übel die Bomben sind richtig übel ja ich hab Bomben ja die sind grad Bomben liegen gewesen warte da hinten ist er da hinten ist er das ist ein Endboss ja das ist der auch warte wir müssen den alter die Wache von ihm sieht per erst aus hol mal den dicken Uga da ja ich hol mal den Uga warte warte ja ok wir müssen gleich mal gucken dass jeder noch einen Halt dran kriegt und volle Lebensenergie macht so jetzt den Uga angreifen bombe warum hebst du dir die Bombe nicht auf hey wie cool ich kann jetzt auch so rum schwirren hä mit nem Hubschrauber ja ja das macht doch bestimmt voll viel Schaden ist das seine Zweierfähigkeit wartet da ist da noch jemand außer der der ist alleine wartet mal kurz wartet mal kurz der ist alleine glaub ich ja ach es geht einfach nur darum dass der Dinger spawnen kann und so weiter und ich will grad mal gucken wie das aussieht bei uns mit Hightränken und so ich hab auch keine ich hab auch keine ich kann nämlich noch welche machen ich hab noch 8 Volumen ich hab keine Flaschen mehr oh ne Michi ich hab eine coole zweite Attacke ich kann einen Schritt nach hinten machen hier jeder kriegt 2 hier sind 2 aufheben einer von euch Maxima 2 weggehen nochmal 2 aufheben jetzt escape bitte kannst du noch heilen ich hab ich kann noch heilen das werde ich jetzt mal schnell durch mal im Kreis ich hab noch was für Maxima das ist so ne Formel oder so ok cool danke ich hab der zweite Attacke und da mach ich einen Schritt nach hinten das ist voll scheiße ja hab ich doch auch schon mal gesagt das scheiße so und Maxi kriegt jetzt doch einen richtigen heal weil die einfach zu viel AP hat ja bei fast ja 460 so warte und jetzt warten wir bis mal Mana vollzahlen können wir loslegen richtig geil sagste richtig gute Folge ich weiß nicht was das schon ist ich glaub das ist schon Sonntag nix der Woche oder so ich weiß es nicht ne ne das sollte oh scheiße hey sorry oh gut gemacht gut gemacht und aufheben wenn diese Stärchen weg sind die nächste Betäubungsattacke der geht der geht jetzt jetzt betäuben nein ich bin tot das geht nicht Leute ich auch ich hab gerade auf escape geguckt nein ihr dürft nicht sterben I'm dead Maxi man du darfst nicht sterben äh ich bin tot ach scheiße wir sind alle gestorben richtig ja wir haben unterschätzt aber ja ok dann halt nochmal alter wie weit weg wir sind falsche Richtung hier lang aber komplett über den Berg ey obwohl der Boss geht eigentlich glaub ich der geht eigentlich jeder Boss ne der geht wirklich wo sind wir da wir sind ganz am Anfang da oder nicht nein hier ach so da ist die Burg wir müssen aber einmal um die dumm rumlaufen wenn die seine links rum müssen rechts rechts rum müssen rechts die sind aber noch nicht gespawnt nein sind wir nicht die sind noch nicht gespawnt noch nicht aber gleich bald wir haben nicht mehr viel Zeit ja ich denke mal ein bisschen haben wir noch also wir müssen das ein bisschen aufteilen jeder muss seine super Fähigkeit als schnell parat haben und der schlägt lahmarschig zu wie ihr gesehen habt wir können das eigentlich ausweichen mittlere Maustaste ist rollen wenn ihr das macht macht ihr dodge echt ja cool sollte zumindest weiß ich doch also echt das haben wir überzeugen das sieht daran weil wir beide nur Lumpen tragen deswegen sind wir immer D-One-Hit-Scape ach Taschenlampe ja One-Hit-One-Da ach so du bist du ich wurde gerade Sedara Castle sind wir wieder my castle my castle is amazing man kann ja mit R Sachen durchsuchen aber ich hab bis jetzt noch nie was gefunden der hat wieder volle Energie natürlich hat er volle Lebensenergie also wir müssen uns ja der Raum wo der steht ist eigentlich ziemlich groß eigentlich können wir in dem sein Raum kämpfen ja eben und nicht in den kleinen publiken Flur hier ja willst du nicht Schild benutzen? oder glaubst du dass du einfach trotzdem One-Hit bist? ähm ich weiß es nicht aber es ist eine Idee Moment äh brauche ich nur ein Schwert ich hab noch für Roche irgendwas hier ja warte danke ich hab übrigens hier für Warrior eine Einhand Schau äh meiner macht mich wenn wir schon mal dabei sind und dann hab ich noch eine Warrior Waffe wenn man dabei ist ich teile gleich aus das ist beides dein Zeug kannst du einfach E drücken das ist meins? ja das ist beides Warrior Zeug okay danke ich habe nichts okay ähm Kriegermäß jetzt willst du dann rangehen? ja seid ihr bereit oder? nicht du nicht du nicht du nicht du Maxi geht ran ich hoffe die ist nicht geworden ganz vorsichtig ja ja super betäubt laufen laufen geht weg geht weg geht weg ihr müsst den betäuben und jetzt betäuben und weggehen weggehen und heilen warum kriege ich Schaden? so und jetzt wieder drauf so müsst ihr das machen äh Warrior geht weg ich muss einen von euch heilen du kriegst jetzt hier na toll ich hab den Roach hochgehealt ich trinke meinen Heiltank ich trinke meinen Heiltank und sehr schön betäubt lauf 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 immer nur kurz betäuben und dann weg und jetzt kriegt der von mir eine Betäubung und angreifen ein bisschen und laufen 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 ne du kriegst mich nicht ich hab hier ein bisschen ey wie viel EP der wohl bringt 40, 50 alter der hat mich getroffen nein ich bekomme voll die ganze Zeit die ganze Zeit Schaden aber also ihr müsst überleben guck wenn man rollt wenn der schlägt dann kriegt man gar keinen ab selbst wenn man daneben steht dabei guck ey Michi lebst du noch? ja ich hab volle Lebensenergie weil der mich nicht trifft wenn ich rolle wenn der schlägt dann trifft der mich nicht what the fuck er hat mich oh man ich hab betäubt vielleicht nehmen wir jetzt nicht auf schon mehr als ne halbe Stunde wenn nicht schon mehr als ne Stunde wenn nicht ja ist doch gut ich muss ein bisschen weglaufen schon fast zwei Stunden wenn wir ehrlich sind ja na und? so ich hab wieder voll ey ich bin tot warum bin ich tot? der macht auch Schaden die ganze Zeit so ohne einen zu treffen das ist mir auch ja stürm ich bin auch fast tot bei 2 HP ich glaube wenn man den angreift gibt man auch Schaden ja deswegen wundere ich mich das ist aber komisch das kann doch nicht sein Leute komm schnell her ja ja ich komme ich komme beeile mich schon aber der zaubert so ne Aura oder sowas um sich rum und immer wenn man den angreift geht man auch auf die Fresse ja kennst du so ne Art wie ein Dornzauber ich denke mal bei Angst kriegst du Schaden zurück oder sowas ja ja alter ihr müsst mal kommen hier ich kann nicht mehr so lange ich bin ja schon unterwegs ja so dumm ist schon da ich betäub den jetzt auch mal hier gibt es einen roten Fleck guck mal achtet mal drauf ne Stelle die immer rot ist und da kriegt man wahrscheinlich glaube ich Schaden das stimmt der Karsten was auf dem Boden Flächenzauber echt? ja guck ich mir mal gleich an ich bin gleich da jetzt Karsten dann wieder schön dass du rote Fläche auf dem Boden guck genau hin alter dass wir das jetzt erst mitbekommen ja ja nach 5 Minuten im Kreis rumlaufen dann merken wir uns sowas aber der Boss der geht ja nur weil ich die ganze Zeit ausweiche und als Dauer überlebe von uns komm schon noch ein bisschen das kriegen wir nicht weg gehen da ist der Kreis ne ne gleich ist vorbei ja alter meine Lebensenergie sauber alter wir haben 3 Platinum Coins bekommen und er hat alles aufgeheben aufgehoben Rezicleche hat alles aufgehoben vor allem das ganze Geld alter das sind grüne Sachen bei für Warrior grün was ist mit den Silk Boots ich hab keine Boots mehr ach Silk Boots ach das sind meine sauber das sind Sachen für mich die sind grün gewesen und waren richtig gute Sachen bei ne ich hab eigentlich noch ausgeschmissen weil ich so nett war so ich hab 130 kp bekommen äh EP ich hab fast Level Up gehabt ich hab ein EP fehlt noch ich hab ein EP fehlt noch ich hab nur 30 na gut mir fehlen cool den haben wir ey ich hab meine ersten grünen Sachen an das sind meine Schuhe die Katze mitgehen lassen so ich hab übrigens alles verteilt was ihr hätte tragen können eben schon ja ich hab die Keule jetzt seine Keule wahrscheinlich die grüne ja das ist echt seine ich hab gar nicht ich hab bloß rausgeschmissen cool dann haben wir das erste Schloss beendet ja wir können wahrscheinlich weitermachen mit den Schwerter Dingern ja das stimmt aber die sind alle relativ fett weg ähm aufm rück wir sind äh am Runes of bla 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 vorbeigelaufen was ist das da waren die aber auch rot am Eingang Michi wir können ja nach Link äh Richtung Osten gehen da wären dann die Nächsten erstmal wieder hier rauskommen na ich bin schon draußen hoch nein doch ist doch richtig oder? ne ist falsch hä was? boah habt ihr den ersten Boss gesehen? also mein Schäfchen ist hinter mir mhm dein Hase ja herunter mein Hähchen dein Bunny dein Haus Bunny ja mein sexy Bunny sexy Bunny na das war schonmal schöner Abschluss hier naja ist ja noch nicht Ende und so mit Aufnahme sicher? ja die Festplatte wird voll ok werden wir jetzt noch 15 Minuten aufnehmen haben wir jetzt ca 2 Stunden also ich will noch mindestens eine Viertelstunde also ich mach jetzt doch was ja ich meine wir können ja mit 15 Minuten aufnehmen erstmal hier lang zum nächsten Schwert also ich habe 1 Million ich habe 5 ich habe 5 Silber 5 Silber habe ich auch ich habe 1 ich habe 7 Silber ich habe 1 wollen wir noch zu dem Schwert und dann wieder zu der in die Stadt nachdem wir hier bei dem Schwert waren nachdem wir hier bei dem Schwert waren wo ist denn nicht? geradeaus in die Richtung Osten Osten ja das ist direkt vor mir das ist sogar schon auf der Karte zu sehen Osten ist das Gegenteil vom Westen ne stell dir vor ja wobei wenn die Karte sie so dreht steht ja M angenehm oh es klingelt schon wieder wartet mal Mensch Scape das voll die Bude voll es klingelt schon wieder ja tief sagste geht oh ja pfff oh ah ordentlich schade das Ding ja ist auch grün aber bald wird wieder dunkel ich habe noch nie eine grüne Waffe gesehen da hinten gibt noch ein paar aber warte dann sind Wölfe die gehen oder? ja aber die sollten wir dann nur zuviert angreifen ja aber da hatte alle zu drinnen die sind noch Bäume zu für zu dritt weil CF ist ja nicht da ja das ist EP die er nicht kriegt das stimmt das lassen wir und die geben außerdem viel außerdem ist hier hinten ein Lila-Schwein ein Lila-Schwein ja guck genau hin ja der Name auch Lila wahrscheinlich war noch nicht nahe genug dran ja ist es nein dann zurück dann zurück Arumi das Pick ey das ist aber blau ja der Name ist Lila ja der Name ist Lila also das Teil ist ein Lila-Boss Arumi ist blau äh Lila geht da weg Dome geht da ok dann wollen wir das dann mit gelb probieren das Schwein ja es werden wir dich probieren das wird getötet auf jeden Fall auf jeden Fall